hallo ich bin der heini und ich will euch mal kurz testweise zeigen wie das mit dem gras funktioniert dass ihr dann mal gucken könnt wie das jetzt nächste woche wird ich habe das im forum ja schon gerade eingeschrieben dass jemand nicht testen möchte der kann das hier im video um schnell sehen sind ja schon ein paar fragen auf wo kommen wir das mit dem gras sein wird dort wurden wir auf dem feld rein jede töte sauber haben wir stehen dann drücken wir die taste links neben der 1 und jetzt gehen wir mal eben ein nicht fertig voll hock sheeting create forage drücken mit tabulator taste dann steht er schon da dann drücken wir die 0 und enter und abacadabra da ist jetzt gras seht ihr das mein umkreis von plus minus 30 40 meter ist das könnte jetzt sehen und so wie das sind komplett vernünftig sein das sieht schon sehr vernünftig aus hier ist nichts wie gesagt weil das nur diesen umkreis war mache ich das aber hier noch mal taste fallen oben enter und er kämpft auch gras meine herrn ist hier wie bei heidi kommt auch noch gleich so funktioniert das denn im spiel wird natürlich alles machen können ja zumal aber nur dass ihr eben seht wie das mit dem gras aussieht hier seht ihr das verschiedene farben da was hell und dunkel ist okay das wollte ich um ganz kurz mal zeigen es moine bis dann